Hallo, heute möchte ich ganz kurz euch einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Muldenlüfter-Kochfeldern oder Modulen vorstellen. Wir werden immer gefragt, Mensch Herr Minde, wo ist denn der Unterschied hier zwischen diesem Klassik-Kochfeld oder diesem Pure- oder X-Pure-Kochfeld? Ja, ganz kurz gesagt, die Pure-Kochfelder, X-Pure-Kochfelder sind eine fertige Einheit. Ja, ich habe also hier meine Induktionskochzone und ich habe hier in der Mitte die Lüftereinheit mit dem Filter und das gibt es halt so als fertige Einheit zu erwerben. Bei den Modulkochfeldern Bora Professional und Bora Classic sind sie frei in ihrer Entscheidung, ob sie hier Gas machen und dort Induktion oder ein Tepan-Kochfeld, das entscheidet der Kunde.